und dann aber stattfinden lassen nicht unbedingt mein lieblingsort zum kämpfen jetzt ein bisschen an star wars gegen hanningen hoffen wir nicht dass wir ich in den nahrer untergehen ich glaube nämlich nicht dass ich mich hier obte teile anbauen lassen kann um wieder vollständig zu funktionieren ich habe das hat auf jeden fall was dem monisches und weg hier ich hab doch ein wenig schlüsse ich gerne nicht an kommt schon hat er nicht damit gerechnet dass zwei attacken reichen aber wenigstens sich dann noch mal das ganze spiel sicherer ort anziehen alles einfach draufhämmern was ich noch zu geben habe einmal aus der gefahrenzone raus bitte so viel kannst du da nicht mehr einstecken jetzt bist du schon hast du mich auf den runden geschmissen naja das gefällt dir bestimmt knie nieder oder auch nicht dann bleib halt stehen ich kann bestimmt nicht fliegen lassen aber ich kann einem angriff ausweichen das leichtigkeit kann schauen einmal von hinten angriff einmal verhindern war das zu groß irgendwie fühle ich nicht dass ich dir schaden gemacht habe ja jetzt hat er mich jetzt hat er mich erwischt jetzt hat er mich erwischt ja ich habe aber noch eine sofortige wiederbelebung das war ein stärkerer gegner als ich dachte heißt vor allem nicht aufgepasst und der macht sich platt in der nächsten sekunde aus den besiegt einmal falscher bestimmte bis platt in der nächsten sekunde was der gegner der platte